Willkommen zu Biomutant, einer neuen Folge mit unserem kleinen, flauschigen Hacker. Und heute widmen wir uns der Quest die funkelnde Zweigschnauze, besiegt die funkelnde Zweigschnauze. Nachdem wir im letzten Quest hier, wie hieß er, Schubser geholfen haben, haben wir jetzt eine neue Nahkampfwaffe. Und wir haben eine Stufe erlangt, deswegen einmal kurz hier unsere Attributspunkte eventuell verbessern. Ich gehe mal ein bisschen auf Nahkampfschaden. Damit wir die Waffe hoffentlich auch ein bisschen ausprobieren können. Würde ich mal sagen... Genau. Neuer Tag. Neues Glück. Möchtest du mitkommen? Aber sehr gerne doch. Das Möhrchen jetzt im Rücken. Ja, wie cool. Da müssen wir hin. Aber ich glaube, wir brauchen gleich Kälteausrüstung. Zumindest Kälterresistente. Also es sind in der letzten Folge, glaube ich, von... Von wo hat er denn angefangen? Ach, guck mal, da hinten ist mein flauschiger Freund. Hallo, lauf nicht weg. Ich hab dich lieb. Hinterher ruf. Das sieht ja knuffig aus. Papfelbrot. Aber das hat keine Stats oder irgendwas. Das kann man halt einfach nur mitnehmen. Vielleicht kann man das für irgendwo... Hä? Neues Wung Fu? Moment. Ach hier, beende deine Zweihand-Nahkampf-Kette mit einem Schmetterangriff, der einen ganzen Bereich trifft. Dies ist ein Spezialangriff, der ein super Wung Fu-Symbol auffüllt, wenn du einen Gegner damit triffst. Rechte Maus hast du, rechte Maus hast du, F. Das sieht dann wie folgt aus. Zack, zack. Puff. Okay, was wäre Tigerwurf? Beende deine Fernkampf-Kette, indem du deine Zweihand-Schmetter-Waffe wirfst. Dies ist ein Spezialangriff, der ein super Wung Fu-Symbol auffüllt, wenn du deinen Gegner mit triffst. Linke Maustaste, linke Maustaste, F. Das möchte ich ganz gerne eigentlich lernen. Gucken wir mal, ob ich das jetzt schon so testen kann vielleicht. Schauen wir mal. Cool. Also ich bin ja jetzt eigentlich nicht so umbeimüht bisher der Nahkampf-Typ gewesen. Ach, da sind die beiden wieder. Ich erinnere mich. Wir haben verfolgt. Oxymastodon. Hallo. Streicheln und behalten. So. Jetzt liegen auch Möhrchen. Voll die coole Quest gewesen mit dem Möhrchen. Muss ich jetzt nochmal wieder... Wollte ich nochmal sagen, dass die Möhrchen-Quest eine richtig coole Quest war, fand ich. Kann die Feuer anmachen? Ah, nee. Hier kannst du dich erholen. Nee, nee. Wir haben wir, glaube ich, schon geplündert. Dann war ich hier wahrscheinlich auch schon unten drunter. Zack. Ja. Da haben wir ein Ressourcen-Totem. Ich gehe mal... Aber wir hatten, glaube ich, mehrere Nebenkästen hier drin. Einmal jetzt die funkelnde Zweigschnauze, dann Kopfkästen gelöst. Und alte Welt-Tresor gefunden. Ich gehe mal langsam rein. Aber ich glaube, ich muss mich gleich umziehen. Ja. Wobei die eigentlich ganz gut aushalten. Aber wir ziehen uns mal lieber um. Kälte, Widerstand. So. Kälte, Kälte, Kälte. 2% war jetzt nicht so viel. Nehmen wir mal... 24%. Das Mützchen setzen wir auf. So. Das müsste eigentlich auch reichen. 24%. Und dann noch eine Hose. Das ist aber schon bei 96,50. Okay. Ganz schön krell jetzt hier. Aber ich glaube, wir werden jetzt mit diesem neuen Move, den wir jetzt haben... Funkenfabrik. Hier werden Blitzfunken für deinen Temposaft hergestellt. Werden wir noch nicht so viel Schaden machen, denke ich mal. Dass wir vielleicht als kleiner Finisher mit einbauen. Wir müssen sich mal gucken. Weil jetzt Nahkampftechnische Attribute habe ich jetzt noch nicht geskillt. Deswegen denke ich mal, werde ich da... Warum ist das jetzt noch ausgegraut? Naja, okay. Funkenfabrik. Hier, glaube ich, werden wir den Rest der Folge verbringen. So, ich hoffe, das geht einigermaßen anzugucken. Hier ist es auf jeden Fall gerade sehr grell. Upsi. Oh mein Gott. Der hat ein Scharfschützengewehr. Okay. Cool. Okay, er macht denn diesen Move. Ziemlich weit weg. Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott. Sind das Kollegen? Nee. Hier ist was los. Was? Vorsicht! Ibi! Äh. Sicherheit! Was hast du denn da jetzt gefunden? Iiii. Das ist auch so. Das Ködlchen unten. Funkenfabrik. Dresurschlüssel. Ich möchte dich mal die Waffe ausprobieren mit meinem Move, den ich hatte. Was für ein Schlag. Also man sieht, ich mache kaum Nahkampfdamage. Er hat ein Helmchen auf. Er ist gut geschützt. Das ist auch irgendwie komisch, weil wenn die Waffe irgendwie nach rechts oder links hin zielt, wenn ich F drücke, mache ich halt ein Rechts- oder Links-Move. Er ist geresettet. Ich wollte ein Bildchen... Ah, hier. Er rennt weg. Er resettet einfach mitten im Kampf. Hallo. So. Wo ist er denn jetzt hin? Das Scharfschützengewehr hätte ich gerne gehabt. Ist er jetzt da reingelaufen oder ist er komplett abgehauen? Was ist denn das hier? Och, er schreckt mich doch nicht so wei. Guter Treffer. Mein Güter. Er hat ja eine Rüstung. Ja, dann doch so in Kombination mit unseren Zaubern. Aber... Ordentliche Rüstung haben die. Respekt. Was haben wir hier? Wo ist meine Maus auch da? Diese Anlage hat Elektrizität erzeugt. Hat keiner auf die Luft geachtet. Fragen wir mal wegen der Elektrizität. Niemand hat es so formell bezeichnet. Aber ja, hier gab es so viele Funken, wie sich deine funkenhungrige Ausrüstung nur wünschen kann. Halte während deiner Suche nach Funken auch nach Spurenausschau. Äh, folge dem Pfad. Ah ja. Danke für die Quest. Aber es ist auf jeden Fall eine traurige Geschichte, wenn keine Antworten da drauf. Ja, das stimmt. Hier oben ist nix. Wir gehen erst mal in das Häuschen rein. Vielleicht ist da irgendwas drinne. Zum Glück haben wir unser neues Brecheisen. Jupsi. Kupfersplitter. Aha, Medikit. Nehmen natürlich sehr gerne mit. Und sogar ein großes. Was haben wir hier drinne? Einmal überragende Beute. Ein großes Energie-Paket. Oh, ich hab nix gesagt. Knack. Eingriff. Und noch ein Gesundheitspaket. Meine Güte. Wir haben aber verwöhnt hier mit Medikits. Ähm, mach ich jetzt. Verfolge dem Pfad. Guck mal, er liegt jetzt. Ne, er läuft da rum. Hä, war das schon immer so? War das bei dem... Wir haben doch Schumann so einen ähnlichen besiegt. Der war vorher noch nicht da, oder? Okay. Ähm, wir nehmen erst mal alte Welt-Tresur. War das irgendwie direkt im Haus oder unter uns, maybe? Ich weiß nicht. Irgendwo geht's da runter. Ist da hinten einer? Hallo? Okay. Wieder in die falsche Richtung geworfen. Warum ist er da gehockt? Hat er jemanden irgendwie... Schnittfleck... geplündert? Ach ja, er saß am Lagerfeuer. Okay. So, komme ich jetzt hier rein? Hier sieht's gut aus. Hier könnte ich reingehen. Macht das einen Unterschied? Das ist ein zusätzlicher Raum. Okay. Dynamuti. Feuerstoßmodul. Ermöglicht Feuerstöße und erzeugt die Kugelanzahl pro Schuss um zwei. Steckt nur das beste Material. Hat er eine Linspurze. Das Mädchen auf dem Rücken. Ich find's cool. Also in normalen Spielen, wenn du sehr viele Medikits auf einer Stelle findest, ist es eigentlich nur so ein Hinweis, dass es gleich immer sehr lustig wird. Mal gucken, was Bayon Muten für uns parat hält. Komme ich hier rein. Irgendein Schlüssel muss doch passen. Ja, den haben wir ja. Den Funkentresor. Okay. Überragende Beute. Ein Bogenpolster. Und ein Gasgesicht. Wenn ich das jetzt ausrüste. Zählt das dann als Mützchen? Gucken wir mal. Nö. Ah ja, okay. Hallo. Hört man mich noch? Juhup. Aber bringt mir das jetzt was, wenn ich dir jetzt vorne so ein Gesicht... Ach guck mal, wir haben ja schon die ganze Zeit welche. Wow. Gesundheit, keine Gesundheit. Das hat gar keine Werte. Das hat ein bisschen Gesundheit. Okay, das hat auch mal für die unterschiedlichen Elemente... Wow, sieht das krass aus. Das hier. Ne, welches war denn das jetzt? Dieses. Wir nehmen mal für Schnee. Ist das für Schnee gewesen? Gasgesicht? Wir haben schon mal Gasgesicht. Rüstung 8, Rüstung 7. Okay. Alles klar. Dann habe ich das bloß einfach gekonnt ignoriert. Ich dachte, das wäre dann als Pendant für unsere Mütze. Aber dem ist nicht so. Großes Energiepaket. Glöckhante. Das braucht keine Munition. Was ist hier drin? Ist eine neue Waffe drinne vielleicht? Das braucht keine Munition. Oh, wow. Knock-Umpf. Ultimativ. Einäschernd. Hitze. Jetzt die Frage. Mehr Durchdringung. Mehr Crit. Macht das jetzt... Schaden 377, 443 oder umgekehrt? Erledigst du mit dieser Waffe Gegnern, wirst du um die doppelte ausgeteilte Schadensmenge geheilt. Nein. Wow. Also ich gucke mal. 377. Aber ich würde jetzt deuten, dass ich 343 bis 427 habe. Gucken wir mal. Lust auf Schlitzen? Dann ist das Möhrchen schon wieder Geschichte, ne? Nee, Schulter. Wo kann ich denn... Ich bin schon wieder total... Ausrüstung. Outfits, Nebenhand. Dreh dich mal um. Falsche Maustaste. Ich könnte auch einfach rausgehen, so. Und dann gucke ich einfach mal hier im... Okay, also da sieht man es nochmal. Hier hat Crit 9 und macht 377 bis 443. Aber hier hätte ich 343 bis 427. Einhändig Hieb. Macht ihr dann auch sowas? Jetzt habe ich sie weggepackt, ne? Ne, das ist, weil es eine Einhändige ist, habe ich diese Attacke nicht. Ja, also... Mit dem Möhrchen auf dem Rücken war natürlich auch cool, muss ich jetzt gestehen. Dann lassen wir mal nach. Das sind halt, glaube ich, so je nachdem, was du gerade auf einmal Lust hast. Dann spielt es halt mal das eine Mal das andere. Verfolgen wir mal den Pfad. Macht halt jetzt weniger Schaden, hat auch mal mehr Crit. Aber man kann noch irgendwie zwei Zusatzteile ausrüsten. Jetzt die Frage, muss ich hier den Umkreis auch erkunden, um da noch irgendwas zu finden? Oder gehen wir erstmal jetzt wirklich daneben... Oh, ne, will ich nicht runter in der Nebenquest hinterher? Ich dachte mir, ich rüste es jetzt aus, weil... Eis, Feuer... Die Kopf... Da haben wir doch jemanden... Huch! Oh, er hat mich eingefroren! What? Okay, ich würde aber sagen... Wir nehmen das Möhrchen... Nein, geresettet! Robuste Blechdose! Ist einfach ausgewichen! Meine Güte! Köst... Köst... Köstliziosi... Kösti... Oh, Herzchen! Hehehe... Köstliziosi... So rum... Sind die einfach mal gespawnt? Ich glaube, mit der Einhandwaffe... Vielleicht brauchst du zwei Einhandwaffen, wenn es geht. Ich weiß es nicht... Ist hier sonst noch irgendwas in der Mitte gewesen, wo ich jetzt gerade hier rumgesprungen bin... Weil da vielleicht kann man hier reingehen... Aha! Da haben wir noch überragende Beute... Drei Stachel... Und eine Tante... Die haben wir, glaube ich, schon mal gehabt... Die kommt mir bekannt vor... Kugelstopp... Für was sind wir das denn? Zusatzteil... Dann ist da vielleicht hier drüben auch noch was... Gipsi... Komm schon... Hier ist nix drin, ne? Uh... Okay, dann gehen wir erst mal runter... Ich glaube, drei überragende Beuteteile fehlen noch... Da ist die Spur... Wie schockierend... Wie schockierend... Hebenst du Kaffee? Moment... Diese Spuren tauchen überall da auf, wo es Strom gibt... Äh... Kann ich von hier Energie abzapfen? Diese Orte schockierend, sag ich mal... Was meinst du damit? Die extreme Verschmutzung? Eines steht fest... An Orten wie diesem hier... Ist sie unvermeidlich... So energetisierend die Suche danach auch war... Es gibt noch viele andere Orte, die du aussuchen solltest... Ja, wir gehen weiter... Falls wir da reinkommen, mal gucken... Also... Der Plan, oder... Dass wir das gemacht haben... Dass wir uns die Brechstange Level 2 geholt haben... Fand ich... Ist jetzt Gold wert gerade... Zeit für ein Abenteuer... Ein gutes oder schlechtes... Mal gucken... Arbeiterausrüstung... Gute Waffen beginnen mit gutem Schrott... Wer es findet... Darf es behalten... Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier reinzugehen... Ja, du sagst es... Ich habe kein gutes Gefühl... Hier lauert doch bestimmt... Upsi... Hier lauert doch bestimmt irgendjemand auf uns... Was ist hier? Hier... Guck mal an... Also ich habe das jetzt nur gesehen, weil ich einmal dran vorbeigelaufen bin... Und dann habe ich so das Gefühl, dass da irgendwas geflackert hat... Tatsache, was drinnen gefunden, ey... Ist ja der Wahnsinn... Halbmond... Und noch ein großes Gesundheitspaket... Elektrisches Modul... Kann man wahrscheinlich von allen Seiten kaputt machen, oder? Ne, hier kommt man nicht rein... Da habe ich ja echt Glück gehabt... Da oben ist was... Ein Joten ist was... Moment... Die Eingeber müssen verbunden sein, damit der Kopfkasten startet... Okay... Rotieren... Zack, zack... Zack... Und... Perfekt, genau... Null Versuche übrig... Das ist eine Kopfsache... Es geht um Software, nicht Hardware... Erfolg ist innerer Frieden... Genau... Ich gehe mal kurz da hoch gucken... Da ist noch irgendwas... Ah... Biolab-Behälter... Findest du hier drinnen ein... Find ich gar nicht... Riemen... Riemenwuff... Federlich... Hier stinkt es... Dann haben wir das auch... Wir müssen dann gleich noch höher gehen, so wie das aussieht... Beziehungsweise... Komm, ich gucke mal hier noch hier hin, ob hier noch irgendwas ist... Dadurch, dass das so diesig ist... So, jetzt bin ich hier reingefallen... Ich hoffe, ich komme wieder raus... Sieht man ja nicht viel... Nee, lass mal das... Der Roboter... Was... Nein, wir haben einen neuen Robo... Robo-Dingsi... Smoothie-Roboter... Hm... Der Roboter... 9E... Kann ich jetzt... Wie war denn das? Boah... Äh... Ausrüstung... Nee, nicht rücken... Da... Robo... Aussehen... Hehehe... Käferchen... Auswählen... Okay... Dann haben... Bist du denn... Na gut, man sieht ihn jetzt hier drinnen nicht wirklich... Wir gehen mal hoch... Äh... Komm schon... Hm... Eine ordentliche Leiter... Na, zum Glück ist die Leiter hier... Da haben wir einen Stromkasten... Gucken wir mal... Vielleicht... Diesen... Hier diesen... Nee... Aha, das passt... Okay... Aha... Hier geht... Das haben wir... Uns fehlt noch eine überragende Beute... Ich hoffe, die finden wir noch... Weil nicht, dass ich hier dann wieder irgendwas offen habe, wo ich dann... Nicht... Abgeschlossen habe... So, wir waren jetzt hier drinnen... Wir sind da reingegangen... Boah... Ist hier vielleicht irgendwas drinnen... Ja... Hier habe ich jetzt echt einen Überblick verloren... Wo ich gewesen bin... Wo noch nicht, ne... Komm, wir gucken alles mal ein bisschen durch... Ach nee... Wir haben hier noch was... Aber nee... Das ist weiter weg... Kann nur sein... Alte Welt... Ja... Wo sind wir denn jetzt schon gewesen... In welchem Gebäude... Hier war... Das Gebäude... Da hat man den... Genau, da sind wir hier reingegangen... Da sind wir unten gewesen... Da waren wir auch drinnen... Geht's hier vielleicht noch irgendwie irgendwo hin... Boah... Die Sache ist... Wenn das wieder so ein Versteck gewesen ist... Wie... Wie bei jetzt dem... Der... Der ein überragenden Beute... Die ich da hatte... Wir haben ja noch Ressourcentoten... Das nehmen wir mit... Stinkt nach Munstern... Huh... Flauschkulostnest... Seh mal an... Hier liegt was Schrottiges herum... Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah... Da ist auch wieder ein Gegner... Okay... Das ist jetzt die Frage... Ne... Darf ich nicht reinspringen? Wo regeln das? Hier schneit's... Habe ich irgendwo noch nicht... Gesucht... Da brennt jetzt ein Feuerchen auf einmal... Hier bin ich glaube ich... Durchgelaufen... Können wir vorstellen... Vielleicht auf dem Dach... Aber das ist natürlich auch so eine Sache... Da wüsste ich es aber nicht... Wie mal... Mit unserem Pilzi... Wären wir da nicht hochkommen... Hier vielleicht... Pilzi war... Jetzt lasst mich lügen... Okay... Komm schon... Das wäre jetzt toll gewesen... Hättest du es gefunden... Oben drauf auf den Dächern... Das sieht mir jetzt auch nicht danach aus... Boah... Das ist aber fies... Ganz ehrlich... Das ist richtig fies... Upsi... Ganz ruhig... Da habe ich ja das Tollchen gesetzt... Den Pilzi... Oh... Das ist er oder? Jawoll... Oh Gott sei Dank... Wir haben es hingekriegt... Also der Pilz ist Gold wert... Ich weiß jetzt nicht... Ob wir es jetzt auch ohne geschafft hätten... Aber dadurch bin ich erst mal drauf gekommen... Jetzt zu versuchen... Mal ein bisschen... Ein paar... Ein paar Häuschen hoch zu hüpfen... Hier guck mal... Habe ich das... Ja doch... Hier hätte es auf jeden Fall geschafft... Hier werden wir auch... Ah okay... Alles klar... Aber echt... Crazy... Wir haben es geschafft... Bin ja mega happy... Dass ich es noch hingekriegt habe... Zu Ende der Folge... Sind ja fast wieder bei einer halben Stunde angekommen... Ähm... In der nächsten Folge... Werden wir... Jetzt lasst mich kurz überlegen... Ich glaube ich reise erst zurück... Werde zu... Zu... Muck einmal zurück... Und dann... Würde ich eventuell... Mich wundert halt... Warum das hier noch ausgekaut ist... Vielleicht passiert da noch irgendwas... Würde ich eventuell sagen... Dass ich zum Flausch... Koloss... Koloss... Kolossnest... Einmal reise... Und das noch kliere... Weil da hatten wir jetzt dann... Schon das Ressourcentorten... Und die sind dann in der Nähe gewesen... Und das sieht mir... Naja... Das könnte Wasser sein... Okay... Ich dachte erst... Es wäre irgendwie so ein... So ein Frostmonsterchen... Aber das ist wahrscheinlich doch nicht so... Okay... Dann soll es aber für heute gewesen sein... Ich hoffe der Part gefallen... Einiges an neuen Sachen bekommen... Neue... Neue Waffe haben wir bekommen... Aber ich glaube... Die werde ich erst mal... Getrost zur Seite legen... Und ja... Würde mich natürlich... Über ein Kommentar... Feedback... Daumen nach oben freuen... Und wenn es nicht gemacht hat... Lass mir gerne ein Abo... Da verpasst... Keine Folge auf dem Kanal... Ich wünsche euch einen schönen Tag... Morgen Abend... Wenn ihr das Video schaut... Sag bis zum nächsten Mal... Haut rein... 한 Matsch... Tzona...